und wir haben diese richtung noch nie gemacht mit dem film und sound das war neu für uns es ist spannend es ist halt etwas das ich zuvor noch nie gemacht habe das ist sicher interessant was ich schön finde ist sind die inputs von aussen die aufnahmen mit bernhard sitz so wirklich auf den instrumenten zu jammen also was spannend ist dass wir eigentlich selber die geräusche machen dürfen also das nicht dass wir alles aus dem internet nehmen sondern wir müssen auch selber halt geräusche die dazu passen machen wir durften entweder auch raus wir dürfen das mit den schuhen machen wenn auch mehr mit als schlagzeug zu tun gehabt oder mit dem piano einfach instrumente egal welche gegenstände einfach dass es dazu passt und das war auch etwas neues für uns und ja das war ein bisschen kreativität technisch ist es anspruchsvoll so das ganze abzuspeichern exportieren solche sachen das ist wirklich wenn man so neu damit arbeitet ist das eine herausforderung weil zum beispiel bei garageband man macht ja zuerst die sounds und denkt sich es ist jetzt einfach ich muss es halt bei garageband einfach den sound einstellen dann muss man ja auch noch die lautstärke und ja alles andere noch einstellen dass es auch gleich also dazu passt gleichzeitig ist weil wenn es verschoben ist dann tönt es auch nicht gut aber im grossen und ganzen ist es sehr sehr interessant sehr spannend es ist auch eben ein prozess der sich verändert und entwickelt ich frage mich manchmal jetzt wenn ich einen film schaue wie sie diese geräusche gemacht haben es ist schon interessant zu hören und sich vorzustellen wie sie das gemacht haben weil dachte das wird jetzt alles zum beispiel auf dem computer gemacht also die sound auch auf dem computer kreiert aber man kann ja auch mit instrumenten oder mit gegenständen halt diese uns machen was muss ich denn tun damit der film eben wirkt wie muss ich es schneiden wo muss ich es platzieren und ich glaube das ist da ist viel ebenso learning by doing ich denke wenn sie das nächste mal einen film schauen werden sie werden einige aufmerksam sein so ok so macht man das und dass es eben auch zu tun gibt oder das ist das ist wirklich viel arbeit ist bis so eine vertonung eigentlich zustande kommt also so 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 Untertitelung des ZDF, 2020